Ich möchte dich einladen, in diesem Video dir bewusst zu werden, was für Krücken wir oft in unserem Leben suchen und diese Krücken dann erstens gar nicht bräuchten und zweitens auch sehr hinderlich sind. Diese Krücken sind Techniken. Die meisten, was ich recherchiert habe, Geburtsvorbereitungssysteme, das ist egal, wie sie sich benennen, ob mit Hypnose, mit mentalen Techniken, ob herkömmlicher Art und Weise, üben Techniken ein. Und diese Techniken sind Krücken, weil diese Techniken können im Geburtszimmer, wenn dann Schmerzen kommen könnten, wenn besondere Umstände auftauchen könnten. Einfach versagen, weil dein Gehirn dann nicht mehr in diese Richtung funktioniert, weil du es vielleicht zu wenig eingeübt hast, weil du zu sehr gewünscht hast und erwartet hast, hoffentlich klappt das dann bei mir auch. In diesem Moment kommst du in Stress, weil dein Gehirn dann nicht mehr diese Glückshormonausschüttung produzieren kann, weil das blitzschnell, impulsiv geht, dass du im Stress landest. Doch in der Angst, in der Panik. Doch, weil der Schmerz so überwiegend ist oder weil es eine besondere Herausforderung ist, ein besonderer Umstand daherkommt, du doch in diesem Moment mit einer Technik nicht mehr aktiv mitgestalten kannst. Ich nenne das folgendermassen, Techniken können versagen. Bewusstsein nie. Merke dir das, diese Aussage. Deshalb habe ich das sanfte Geburtstraining auf reinem Bewusstseinsübungen aufgestellt. Und fundiert auch diese Bewusstseinsübungen, dich einüben lassend, damit du sie so abrufen kannst, ganz automatisch, zuverlässig, weil dein Unterbewusstsein und dein Bewusstsein dann zusammenarbeiten und du dich nicht mehr an Krücken, genannt Techniken, orientieren musst. Das ist gut, wenn man Techniken beimischt, wie man sich besser hingeben kann, wie man seinen Fokus stärkt, wie man ganz gewahrsam seine Energie im Hier und Jetzt bündelt. Das ist alles okay, alles wunderbar. Sei das autogenes Training, Hypnose-Techniken, alles ist gut. Sei es aus dem Yoga, wo auch immer woher, am Schluss zählt es, dass du ganz präsent und aktiv als Mitgestalterin das bewusst denken, fühlen und auch agieren, das nennt man handeln kannst. Und das können viele Menschen, Frauen dann im Geburtszimmer nicht, wenn besondere Umstände kommen. Wenn da doch plötzlich so starke Geburtsempfindungen heranrauschen, dass dein Gehirn blitzartig nur noch eines will, Kampfmodus dagegen, dass dein Gehirn nur noch eines will, Stresshormone ausschütten, weil du das zu heftig empfindest, weil du dann nicht mehr auf deine Technik zurückgreifen kannst. Ich habe so viele Hebammen in meinem Team, sind zehn, die meisten davon fünf, auf jeden Fall sind schon pensioniert, die haben ein unsagbar grosses Spektrum erlebt, von ungefähr 300 Jahren Hebammenwissen. Und viele mit ihnen habe ich die letzten 15 Jahre in den Geburtszimmern erforschen dürfen, was funktioniert wirklich. Und viele bestätigen tatsächlich immer wieder, wenn man sich mit Techniken so fixiert hat, dass das dann bei mir hoffentlich auch gut kommt, dass ich dann auch so loslassen könnte, dass ich dann mit dieser Strategie, dieser Technik hoffentlich auch entspannt die Geburt erlebe, dass das nicht funktioniert, wenn dann besondere Umstände auftauchen. Der Muttermund öffnet sich nicht. Die Schmerzen werden unertragbar, weil du darüber nachdenkst, werden sie noch heftiger. Weil du aus diesem Technikmodus rauskippst, fühlst du dich verloren. Und plötzlich hast du die Idee, oh, versage ich jetzt? Hat das mit mir zu tun, weil ich zu wenig geübt habe? Was passiert dann? Du siehst es ja an meinem Gesicht, du verkrampfst dich, du ärgerst dich, du wirst wütend. Und genau das verhindert ein zügiges, sanftes und schmerzfreieres Gebärden. Und dann bist du in der falschen Richtung unterwegs. Und das wurde mir so oft bestätigt. Und deshalb habe ich mich entschieden, mich zu lösen und die Grundlagen nicht auf Techniken aufzubauen, sondern auf Bewusstsein. Wir üben Konzentration. Wir üben Aufmerksamkeit. Wir üben, den Fokus zu stärken und zu schärfen auf das, was uns aufbaut, auf das, was uns dienlich ist, auf das, was uns stärkt. Das nenne ich Eintauchen in den positiven Flow. Und diesen positiven Flow, den kannst du ständig selber aktivieren, unabhängig, welches Geburtserlebnis du erfahren wirst, auch wenn es ein Kaiserschnitt wird, kannst du in diesem positiven Flow bleiben. Auch wenn es medizinisch verlaufen würde, du bleibst in diesem positiven Flow der Hingabe, das ganz präsent bei dir sein. Und eine Technik hat dann längstens versagt. Und dann suchst du nach irgendeiner nächsten Krücke und die hast du nicht. Und ein weiterer Baustein ist natürlich, dass dein Partner dich immer wieder in den positiven Flow hineinführt. So seid ihr ein unschlagbares Team. Und es ist automatisch schon das beste Ergebnis im Geburtszimmer vorgeplant, weil ihr euch beide immer wieder unterstützt, in eurem Bewusstsein dahin zu gehen, dass ihr aktiv die Mitgestalter seid und euch nicht alleine mit Krücken oder Techniken vorgängig vorbereitet habt. Das ist ein Herzensanliegen von mir, nochmal darüber nachzudenken, dass du dich nicht mit nur Techniken beschäftigst, sondern mit deinem bewusst ausgeführten Denken, Fühlen und Handeln. Dann bist du selbstbestimmt und aktiv die Mitgestalterin der Mitgestalter deiner wunderbaren Schwangerschaft und Geburt.